In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff, das in schwerer See hin und her geworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern. So klingen Hexen, wenn sie brennen, dachte Vera, oder Kinder, wenn sie sich die Finger klemmen. Das Haus stöhnte, aber es würde nicht sinken. Das struppige Dach saß immer noch fest auf seinen Balken. Grüne Moosnester wucherten im Reet, nur am First war es durchgesackt. Vom Fachwerk der Fassade war die Farbe abgeblättert, und die rohen Eichenständer steckten wie graue Knochen in den Mauern. Die Inschrift am Giebel war verwittert, aber Vera wusste, was da stand. Es war der erste plattdeutsche Satz, den sie gelernt hatte, als sie an der Hand ihrer Mutter auf diesen Altländerhof gekommen war. Der zweite plattdeutsche Satz kam von Ida Eckhoff persönlich und war eine gute Einstimmung gewesen auf die gemeinsamen Jahre, die noch kommen sollten. »Wofel kommt er noch von ja, Polacken?« Ihr ganzes Haus war voll von Flüchtlingen. Es reichte. Hildegard von Kampke hatte keinerlei Talent für die Opferrolle. Den verlausten Kopf erhoben, 300 Jahre ostpreußischen Familienstammbaum im Rücken, war sie in die eiskalte Gesindekammer neben der Diele gezogen, die Ida Eckhoff ihnen als Unterkunft zugewiesen hatte. Sie hatte das Kind auf die Strommatratze gesetzt, ihren Rucksack abgestellt und Ida mit ruhiger Stimme und der korrekten Artikulation einer Sängerin den Krieg erklärt. Meine Tochter bräuchte dann bitte etwas zu essen. Und Ida Eckhoff, Altländerbäuerin in sechster Generation, Witwe und Mutter eines verwundeten Frontsoldaten, hatte sofort zurückgefeuert. Von mir gibt das nichts. Vera war gerade fünf geworden. Sie saß frierend auf dem schmalen Bett, die feuchten Wollstrümpfe kratzten, Der Ärmel ihres Mantels war gedrängt vom Rotz, der ihr unaufhörlich aus der Nase lief. Sie sah, wie ihre Mutter sich sehr dicht vor Ida Eckhoff aufbaute und mit feinem Vibrato und spöttischem Lächeln zu singen begann. Er hat das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen.